Tennis spielen können sie beide noch, das verlernen sie nie mehr. Das ist der erste Spiel. Tisch nieder. Für das intelligente Spiel, die Varianten, die sie haben. Oh ja, der kommt noch. Aber klasse gemacht von Hink ist die enorm schnell zu. Oh ja, was für eine Übersicht. Point, Entscheidungspunkt. Schnieder sichert in sich Wert, also den Breakball. Ein bisschen Showtime. Ja, da findet sie den Weg vorbei, Pötti Schnieder. Surfenvolley von Hingis. Und dieser Überkopf, der war enorm schwierig. Oh, der war zu lang. Zweitens Game hintereinander mit einem Entscheidungspunkt. Drei Mal hat gewinnen können. In der der 90er. Ja, toller Ballwechsel. Kommt es zu einem Entscheidungspunkt. Ja, und jetzt noch No-Let-Aufschlag. Da ist aber das Break. Für Hingis. Es ist alles drin in diesem Nostalgie, in diesem Legenden-Spiel. 2013 bis Oktober 2017, nur noch im Doppelhaut, aber richtig erfolgreich. Lade für dich. Bestritten. Resolut am Netz vorne. Mit zum Tie-Break für Schnieder. Ah, da kommt sie nicht mehr hin. Hingis zeigt ihre Klasse vorne am Netz. Jetzt aber ist das Break Tatsache für Pötti Schnieder. Drei. Nicht wie in einem normalen Einer und dann immer zwei. Boah. Zero. Stier. Der war mit ordentlichen. Das kennt man vom Frühjahr. Ein Markenzeichen vom Pötti Schnieder. Dieser Stopp-Ball auf der Rückgabe. Dieser Rückgabe. Und jetzt einen Satzball hat. Und diesen auch ausnützt, oder besser gesagt, Petty Schnieder kommt dieses Mal mit ihrem Stopp-Ball nicht durch und nicht zum Punkt gewinnt. Martina Hingis gewinnt den ersten Satz mit 4 zu 3. Da hatte sie eigentlich genug Platz, um diesen Ball reinzuspielen. Petty Schnieder, denn der andere... Diesen Ball hat sie relativ früh gelesen. Antizipationsfähigkeit. Jetzt zeigt sie uns auch einen Stopp-Ball. Aber missglückt. Nächster Stopp-Ball und wieder war super fein. Ja, Schnieder, schnell zu Fuss. Denn dieser Stopp-Ball, der war riesig. Ohne Makel. August. So sagt es, wenn Lüthi sonst dann wieder auf den Platz geht für den Maestro. Wenn sie ein Müssterchen ihres feinen Händchens... Da bleibt sie an der Netzkante hängen nach diesem Klasse-Aufschlag. Das Break ist Tatsache und Hingis braucht noch ein Game. Aber wenn Petty Schnieder für ein Kampfeslust... Das ist ein Kampfesvile. Vielleicht sehen wir den jetzt. Auch dieser Über-Kopf-Smash, der war gar nicht so einfach. Alles hat sie da reingelegt, Martina Hingis. Das war's. Martina Hingis setzt sich durch. Im Legenden-Kopf-Smash mit...